Willem Warenz und Jakob van Heemskerk sind fest überzeugt, diesmal den richtigen Weg nach Indien für uns zu eröffnen. Ich bin Gerrit de Fea. Ich will Schriftsteller werden. Hattet ihr Zeit, darüber nachzudenken? Wenn ich zurückkomme, bin ich reich. Dieser junge Mann wird uns berühmt machen. Land! Leute, landet nicht! Das ist das neue Land. Nova Sempler. Hier diese Insel ist nicht richtig eingezeichnet. Sie liegt viel weiter westlich. Van Heemskerk will hier lang. Und was liegt da? Noch weiter im Norden? Das weiß keiner. Unser Tiefgang bereitet uns Probleme mit dem Eis. Wir würden hier überwintern. Und du wirst es den Männern sagen. Den ganzen Winter sind Monate und Monate. Kennt einer von euch einen besseren Plan? Dann spreche er jetzt. Wir werden verrecken. Mit Dock! Ja! Ich muss ja raus, ich muss ja raus.